Düsseldorfer Bezirksregierung Selbst mit einem Dieselfahrverbot werde es schwer werden, die Grenzwerte in Düsseldorf einzuhalten, berichtete die Behörde. Weitere Maßnahmenpakete werden dafür notwendig sein. Wir kommen wahrscheinlich nicht um Verbote bestimmter Fahrzeuge zu bestimmten Zeiten herum, sagte Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher CDU. Dies werde zu Härten führen, besonders etwa bei Handwerkern, die ihren Fuhrpark für die vor einiger Zeit eingerichtete Umweltzone modernisiert haben. Auch das Ruhrgebiet und weitere Städte wie Wuppertal könnten betroffen sein. Autoverkehr Wichtigster Faktor bei verkehrsnahen Messstellen an 60 von 127 Messstellen in NRW werden laut Bezirksregierung die nach recht zulässigen Jahresmittelwerte von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid derzeit nicht eingehalten. Größter Produzent des Schadstoffs, der im Falle nicht ausreichender Abgasnachbehandlung unter anderem die Atemwege reizen kann, ist demnach der Autoverkehr, wobei Dieselantriebe rund 80 Prozent beisteuern. Entsprechend werden alle Überschreitungen an verkehrsreichen Straßen registriert. Die Aussagekraft derartiger Messungen wird von einigen Experten allerdings angezweifelt. Videokommentar Hoffentlich hat Ihr Handwerker eine Pferdekutsche Die Experten gehen von zwei Szenarien aus Wenn sich der Bund noch kurzfristig auf eine blaue Umweltplakette einigt, könnten die neuen relativ sauberen Euro-6-Dieselaggregate vom Verbot verschont bleiben. Kommt es dazu nicht, gäbe es keine Alternative zu einem generellen Dieselfahrverbot in den am stärksten belasteten Gebieten. Feinstaubproblem ist geringer geworden, Spitzenbelastungen wurden in Düsseldorf, aber auch in Köln und Dürren gemessen. Landesweiter Spitzenreiter mit 58 Mikrogramm Jahresmittelwert ist die Düsseldorfer Corneliusstraße, die bereits beim Feinstaub ins Visier der Umweltbehörden geraten war. Inzwischen werden die Feinstaubgrenzwerte eingehalten. Um dort bei 46.000 Fahrten täglich die Grenzwerte für Stickstoffdioxid einzuhalten, müssten 5000 Pendler pro Tag von der Straße ferngehalten werden. Tatsächlich nehmen die Zahl der Pendler derzeit aber zu,500 Pendler pro Tag müssten von der Straße ferngehalten werden. Verschärft wird die Situation in Düsseldorf durch die Binnenschifffahrt auf dem Rhein. Sie trägt den Angaben zufolge 7% zur Belastung bei der Busverkehr 5%. Während alle kommunal möglichen Maßnahmenpakete zusammen die Belastung um maximal 5 Mikrogramm senken würde, könnte ein Dieselfahrverbot eine Reduzierung um bis zu 9 Mikrogramm bringen. Für die Umsetzung der Maßnahmen wird zunächst die noch ausstehende Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zu den rechtlichen Voraussetzungen für Dieselfahrverbote abgewartet. Die Bezirksregierung lobte die Stadt Krefeld, sie habe es mit eigenen Maßnahmen geschafft, die Grenzwerte inzwischen einzuhalten. Video Greenpeace fordert weniger privaten Autobesitz SVD PAV.